Was mit großem Interesse zur Kenntnis genommen wurde, dass die AfD in ihrer Fraktionssitzung einstimmig beschlossen hat, Wolfgang Schäuble nicht zu wählen, weil er die Euro-Rettungspolitik mit unterstützt hat. Das ist auf dem Hintergrund, dass man für sich selber öffentlich in Anspruch nimmt, dass der von Ihnen vorgeschlagene Kandidat als Vizepräsident natürlich zu wählen sei, ist es ein besonders bemerkenswerter Vorgang, uns mitzuteilen, dass man unseren Kandidaten auf keinen Fall wählt. Kann sich jeder vorstellen, wie das also in unserer Fraktion wirkt.